A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Hast du den gesehen, der das Gericht leugnet? Das ist der, der die Weise wegstößt und nicht zur Speisung des Armen anspornt. Wehe denjenigen Betenden, die bei der Verrichtung ihres Gebets nachlässig sind, die nur dabei gesehen werden wollen und die Hilfeleistung verweigern.